Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Nee, wirklich nicht. Also... Nee. Nee, hier ist nicht. Wenn ich jetzt hier runter gehe, eventuell... Na komm. Da ist auch nicht. Wenn wir hier fertig sind, gehe ich direkt zum Eberkopf. Und das wird einfach wollen. Dürfst du das? Befinde! Konkredo! Auf! So. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. So. Oh. Da ist auch noch was. Das ist so weit selten Lager. Ich habe nicht rausgefunden, was ich da noch untersuchen soll. Da ist nichts mehr. Ja. Cool, das nächste Tier. Jetzt ist alles gut. So. Was haben wir denn hier noch? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merle. Bewegen. Naja. Ich werde hier jetzt noch nicht aktivieren. Weil ich nicht weiß, was jetzt das nächste dran kommt. Ich gehe jetzt mal in die Aufträge rein. Vielleicht mache ich die ein bisschen später nochmal. Ähm. Ich gucke jetzt mal. Was können wir noch machen? Das letzte Einhorn? Nee. Dann gehen wir nochmal zu Deak. Mal gucken, was er nochmal will. Äh. So. Geheimer Raum. Und Raum der Wünsche. Genau. Wir brauchen definitiv mehr Platz in unseren Käfigen. Dass man ja dort Bodenhaltung ist oder was anderes. Gut, Deak. Du wolltest wieder was von mir? Deak möchte mit Ihnen sprechen, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja. Hallo, Deak. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deak dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut. Und... Das klingt nach. Das klingt nach. Regen Sie zu nicht. Ja, ja, komm, 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 komm. Ähm. Rette einen Testralmännchen. Kaufe eine Zauberanweisung für ein Zuchtgehege. Hm. Muss das sein? Ich gehe jetzt mal generell raus. Das ist wieder eine Mission, die ich hier nach hinten schieben werde. Ganz klar. Ganz klar. Die werde ich nach hinten schieben. Na komm. Hopp hopp. Hopp 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 hopp. Und dann... Ja. Werde ich gleich meinen selbstgebackenen Kuchen essen. Testralmännchen. Das Stralmännchen. Das Stralmännchen. Das Stralmännchen. Meine Güter. Ich kann es ja mal versuchen. Ich kann es ja mal versuchen, einzufangen. Aber wenn Diekmis sagt, ich soll irgendwas einfangen, heißt es wieder, die rennen wir ja alle weg. Ähm. Da lang? Ja. Hast du was für mich? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Jupp. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ja. Ich nehme alles mit wahr. Soweit es geht. Gut. Das haben wir noch nicht. Und das sollte eigentlich gehen. Weil ich habe einige gebraucht. So, jetzt bin ich ja voll. Ja, mir auch. Gehle. Wo ist Gott? So. Wieder ein toter weniger. Warum müssen wir nicht alle sterben, ey? Warum können wir nicht alle unsterblich sein? Das wäre was schönes. Gut, was ist denn ein Testralmännchen? Ist es das hier oder wie? Ähm, was war denn hier? Testral, da sind diese Testralmännchen. Aber habe ich nicht eins? Ich bin gefangen, ich glaube, das habe ich schon freigelassen. Ne, 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 komm, ich gehe mal wieder zurück. Ähm, Aufträge? Habe ich gemacht, finde ich nichts. Äh, Schatz der fliegenden Kerzen. Okay. Karte. Dann müssen wir wieder nach Hogwarts. Und ich gehe jetzt mal in den Seitenflügel irgendwo rein. Und, ja, dann machen wir mal irgendwo hin. Irgendwo hin. Und drinnen kann ich dann immer noch mal schauen, wo ich eigentlich hin soll. Und dann muss ich, ich kann da mal mit diesem Brett leben, mit diesem Brett schreiben. Das wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Ich habe den immer versucht, die ganze Zeit nur zu ignorieren. So. Gut, da müssen wir hinlaufen. Da müssen wir hinlaufen. Da müssen wir hinlaufen. Na komm, renn! Die nächste Komposition. So. Pompadant, die Fursor. Ah. Cool. Hier waren wir noch gar nicht drin. man geht immer weg da noch mehr wo auch immer der sein soll da ist auf jeden fall noch etwas da kommt einmal rüber gehen dann bretten finden und dann aber wo gehen wo renne ich denn hier ich habe gedacht was macht er von der komischen handbewegung dann damit es eine gute linie was will das kind von hier gut absolut ja ja komm ja komm Meisterrunda